Bei 300 Euro Party-Umsatz, da bekommt die Gastgeberin unser Klimakönig-Duo. Einmal bestehend aus der 800 Milliliter flach und einmal 1,8 Liter flach. Ihr habt vorne ein Piktogramm, das zeigt, was in unsere Klimakönige bzw. in den Kühlschrank hinein dürfen. Und auch, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, da zum Beispiel geschlossen, halb offen und hier ist ganz offen. Am besten zu merken, alles was unter der Erde wächst, das kommt auf die Position mit dem Regler in die Mitte. Alles was oben wächst, das kommt auf das offene Piktogramm und alles was so kurz ober der Erde wächst, das ist auf halb geschlossen. Haltet im Kühlschrank wirklich, wirklich sehr lange frisch. Deine Karotten kannst du auch nach drei Wochen noch immer genießen. Am besten gibst du sie immer in dein Auto und so ersparst du dir natürlich viel Müll und Plastik bei dir zu Hause.